Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wieso? Vielleicht rufen wir deinen Dad an und fragen nach Was ist mit Papa Bear und Baby Bear? Sind entbehrlich Sean erzählte, sie sind bei den Green Berets Ruf ihn an Daddy? Aaron Dad? Runter, sofort! Oh mein Gott! Ich versichere ihnen, dass sie von einem Team sehr gute Agenten umgeben sind Ich habe deine Tochter Wenn du nicht tust, was ich dir sage Wird dir etwas Schreckliches passieren Und du wirst daran schön sein Ich gebe ihnen fünf Minuten, um das Gebäude zu verlassen Sie hätten ihr Paket nehmen und verschwinden sollen Er heißt Major Vic Davis Mit 21 bei den Green Berets Allein in Somalia hat er 50 Ziele ausgeschaltet Er wird nicht zögern, euch zu töten Wusstest du das? Nein Du hast den Kerl getötet? Er wollte dich umbringen Verdammt, Sean Ich sagte, du sollst gehen Niemand wird zurückgelassen, richtig? Ich habe schon überlegt, aufzuhören Und was dann? Weiß nicht, die Hütte renovieren Angeln Keine Zielscheibe sein Ach isten Tschüss uf